ja moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal heute möchte ich euch mal wieder zum zweiten mal ein messer von wolfgangs vorstellen es handelt sich dabei um das modell hunter quasi den nachfolger des w1 und ich habe beide messer hier so dass wir da auch direkt mal einen vergleich machen können geliefert wird das messer im standard wolfgangs 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 karton soweit so unspektakulär im lieferumfang wie immer dabei das kleine tuch auch geprägt auf einer seite ganz nice bisschen paperwork das dankeschön kleine überraschung das was man so kennt was du feedback geben kannst wie dir das teil gefällt etc pp das übliche in diesem kleinen orangen umschlag finde ich auch ganz cool soweit vielen dank für dein vertrauen hinten noch mal ein kleines danke sehr nett gestaltet das macht wirklich spaß und das was mich jedes mal überzeugt auch wenn du messer kaufst wie jetzt das hunter das nur 20 euro kostet geht trotzdem immer noch ein teil an die kinder krebs stiftung von jedem kauf und das alleine ist für mich ein grund doch hin und wieder einfach mal auf die seite zu schauen und mir vielleicht einfach eines der günstigen messer zu bestellen ja das ist auch direkt das stichwort das hier ist kein gesponsertes video von der firma ich habe die messer ganz normal über die homepage gekauft und ich habe euch ja das w1 schon in dem video vorgestellt ich habe es auch mit dem angulo verglichen ja dem top modell aktuell die klingen formen sind da sehr 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 ähnlich marginale unterschiede wie hoch der schliff hochgezogen oder hochgezogen ist ist ein unterschied wir haben hier ein flachschliff ihren holschliff hier d2 hier 440 c hier verschraubte g10 griff schalen hier in aufgespritzten gummigriff deutlich höhere klingen stärke beim ambulo und auch was die klingen länger angeht leichte unterschiede da ist das w1 tatsächlich sogar ein bisschen länger das w1 kommt natürlich aufgrund der deutlich geringeren material stärke auch viel viel leichter daher als das ambulo ist von daher vielleicht auch ein ideales messer um es in den rucksack zu packen bei der kunststoff köcherscheide werden natürlich erinnerungen wach an ja deinen durchschnitts mora ich glaube das ist auch ganz bewusst so gewählt ich habe ja noch das klassische bauhaus mora immer mit ein bisschen elektriker tape umwickelt erst mal damit das signal rot nicht ganz so raus sticht und zweitens falls vielleicht immer gar nicht schlecht ist wenn du unterwegs bist und ein bisschen was von diesem alzweck tape dabei hast das ist die carbon stahl variante köcherscheide sehr sehr ähnlich aufgebaut auch was den gürtel clip angeht drainage loch an unterschiedlichen positionen aber ihr versteht das konzept ist es halt definitiv vergleichbar dazu der hidden tang der ist beim mora ja glaube ich nur über zwei drittel der gesamtlänge des griffes ausgeführt während das wolfgangs auf jeden fall ein full tang messer ist wenn auch nicht in voller höhe wie man es natürlich hier vorne schon sehen kann an dem guard dann habt ihr einen rundum umfassenden gummigriff und das werdet ihr gleich beim hunter sehen ist das ganz genauso das ist natürlich auch ein schlanker erl der aber hinten noch ein stück raus steht wir haben noch eine fangriemen so ein schlagstück ganz cool soweit vor allem für den damaligen preis von 29 euro 90 ich glaube sogar bei jeder bestellung versandkosten frei wenn ich das richtig im kopf habe kann man da absolut nicht meckern für mora heavy duty zahlst du auch irgendwie zwischen zwischen 50 und 20 euro dementsprechend ist das wolfgangs auf jeden fall eine sehr sehr coole und interessante wahl das hunter habe ich mir jetzt in olivgrün bestellt einfach damit es sich ein bisschen abhebt und ihr seht schon da kommen keine wirklichen überraschungen du hast im grunde erst mal das gefühl dass du exakt das gleiche messer in der hand hast und auch wenn man sie nebeneinander legt das könnte definitiv exakt das gleiche messer in einer unterschiedlichen ausführung sein allerdings sind mir ein paar kleinigkeiten aufgefallen das neue modell das hunter hier ist es noch als w hunter das war das w das ist das w hunter oder jäger wie auch immer kommt mit 420er stahl daher 440c sicherlich für ein einfaches gebrauchsmesser immer noch eine anständige lösung der 420er wenn du das ding einfach nur in den rucksack schmeißt um vielleicht dann einfach mal auf natur der für den hobo drei stöckchen klein zu machen ist das definitiv auf jeden fall in ordnung bei einem kaufpreis von 20 euro aus dem deutschen shop mit dem service und dem hintergedanken dass du damit mit dem kauf auch jedes mal noch was gutes tust ja ist das definitiv zu verschmerzen ich würde natürlich 420 den 420 er niemals als meinen wunschstahl bei einem outdoor messer bezeichnen aber das zeug ist halt noch halbwegs zäh hat jetzt auch nicht die aller aller schlechtesten eigenschaften für ein outdoor messer rostet ja also nicht so schnell weg wie in wie in carbon stahl von daher ja ich hätte lieber weiterhin in 440er gesehen oder vielleicht sogar einem sandweg 420er ist jetzt man kann drüber streiten so was ist mir aufgefallen abgesehen vom stahl die beiden messer sind nahezu identisch was ihr vielleicht auf den ersten blick seht das jimping ist rechts beim w w1 ein bisschen weiter vorne angesetzt beim jäger beim hunter ein bisschen weiter hinten hier haben wir so eine ganz leichten so ganz leichten verschliff vor dem jimping die der 90 grad anschliff für den feuerstahl ist bei beiden messern nicht wirklich gut gelungen ist aber beim w1 auf jeden fall noch besser als beim hunter hiermit könnte ich mir vorstellen hast du schwierigkeiten den feuerstahl anzureißen während das hier bei dem w1 doch ein bisschen besser gehen würde allerdings sind auch beide überhaupt kein vergleich zum am bula das ding hat eine mega scharfe kante also das ist die reinste freude da mit dem stahl anzureißen die funken fliegen meter weit das dürfte hier bei beiden ein bisschen schwieriger werden da müsste man also selber noch mal hand anlegen und den 90 grad winkel hier noch ein ganz klein bisschen verstärken die kannte einfach noch ein bisschen hervorheben damit das ein bisschen besser funktioniert ja und wer vielleicht genau hinschaut der griff beim w1 ist minimal dicker als beim hunter links das ist mir aufgefallen als ich versucht habe die messer mal jeweils in die andere scheide zu stecken das schwarze ging in die olivgrüne scheide nur mit ein bisschen nachdruck während das grüne in der schwarzen doch sehr sehr locker saß was mir auch aufgefallen ist dass das schwarze ein ganz klein bisschen mehr grifflastig ist als das jäger als das hunter dementsprechend ja es ist einfach die materialstärke die hier bei dem grünen den unterschied macht was das gewicht angeht wir schauen uns das jetzt noch mal ganz genau an waage gezückt vielleicht fangen wir noch mal mit dem mit dem großen bruder mit dem ambulo an ausführliches review dazu folgt noch aber 255,4 gramm das w1 150 149,7 49,8 gramm also ungefähr 150 und das hunter 131,4 das ist also tatsächlich noch mal etwa 20 gramm leichter jetzt weiß ich nicht ob der tang auch noch anders ausgeführt ist keine ahnung jedenfalls ist das schon beachtlicher gewichtsunterschied 130 gramm ich habe hier noch mal das fonds sowie den folder der kommt mit 154,1 gramm daher ist also schwerer als beide das heißt hier habt ihr tatsächlich ein ja eher leichtes fix messer zumal die ja knapp an der maximal zulässigen größe für 42 a kratzen nämlich den 12 zentimetern klingenlänge auf der homepage sind sie angegeben mit 11,5 cm und wenn ich jetzt hier mal mit ich anhalte dann kommen wir schon auf 11,7 ihr seht aber vielleicht hier hinten passt das noch nicht ich drehe einfach mal rum nehme die mitte der klinge gehen nach vorne durch ob da abgerutscht und wir kommen am ende irgendwie bei 11,8 11,9 cm raus das ist also wirklich eine knappe kiste da möchte ich jetzt nicht zwangsläufig unbedingt einem überkritischen beamten begegnen wenn ich damit unterwegs bin der dann vielleicht ganz unten bis zur spitze und dann vielleicht auf 12,1 cm kommt ja es ist haarscharf ich hätte es vielleicht an hersteller anstelle des herstellers vielleicht ein paar millimeter kürzer ausführen lassen noch mal zum vergleich die klinge des am bulo ist dann auch tatsächlich ein paar millimeter kürzer da hast du auf jeden fall nicht das problem dass du bei den beiden modellen hast dass du so haarscharf an die an die zwölf zentimeter ran kommst mit der maximalen klingenlänge davon abgesehen für 19,90 und als es noch verfügbar war 29,90 definitiv zwei fantastische optionen noch mal das mora dazugelegt wenn du die im direkten vergleich siehst du zahlst ja gut damals bauhaus gab es die dinger zwischen acht und zehn euro meistens zahlt man 12 13 wenn du dann aber siehst was du bekommst klingen starke ausführung etc pp dazu ja dass mehr oder weniger erlebnis wenn du ein paket von wolfgangs auspackt wenn du siehst da passiert auch noch was gutes nebenbei die paar euro mehr meiner meinung nach lohnen sich auf jeden fall und selbst wenn es nur vier zwanziger ist um das teil einfach in den rucksack zu schmeißen und auf der wanderung am wochenende ein paar stöckchen für den hobo klein zu machen dafür ist das teil auf jeden fall geeignet um mit den kids draußen ein bisschen das schnitzen zu lernen dafür muss der anschliff nicht 1000 prozent perfekt sein das geht auch damit ich finde die dinger cool die liegen super sicher in der hand die griffe sind ja sehr ergonomisch geben ein ganz klein bisschen nach haben halt dieses dieses typische rubberized dieses gummierte gefühl einfach coole teile ich hoffe ich konnte euch mit dem vergleichsvideo zeigen dass auch wenn sie nahezu identisch aussehen im detail doch noch kleine unterschiede zu finden sind auch naja anschrift zur klingenspitze hin ist nicht ganz symmetrisch das sieht man dann wenn man vorne auf den auf den tipp schaut na gut kann man jetzt nicht erkennen ich hoffe ihr glaubt mir das aber das alles ist bei 19,90 euro definitiv zu verschmerzen ja wolfgangs jäger bzw hunter und w1 beide eine empfehlung gäbe es das w1 noch mit dem 440c stahl das wäre auf jeden fall meine top empfehlung um es vielleicht dem heranwachsenden in den rucksack zu schmeißen für die wanderung am wochenende oder um es genau zu diesem zweck selber zu nutzen definitiv auch das hunter eine empfehlung trotz 420er stahl in diesem sinne euch allen noch einen schönen tag schönen abend wann immer ihr das video schaut kommt gesund durch die woche schöne vorweihnachtszeit und wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin bye bye